Die zweite Regierung erzählt uns hier, dass es ein besseres Narrativ wäre, erst mal Hilfe anzunehmen, als sich konstant zu leiten. Dann sagen wir, ja klar, es geht mir immer besser, wenn mich irgendjemand an der Hand nimmt und mich ernährt. Das funktioniert bestimmt so lange, solange die Hand da ist. Und wir glauben, vielleicht funktioniert das ganz kurzfristig. Also selbst wenn wir annehmen, dass das kurzfristig funktioniert, die erste Opposition hat da ja schon Zweifel dran angemerkt, was diese Regierung hier alles möchte, dass also kurzfristig Stabilität einkehrt in diesem Land und kurzfristig, solange die Besatzungsmächte, die Kolonialmächte der UN da sind, da auch Sicherheit herrscht, die Sicherheit des Friedens, also Peace of the Gang, wie das so schön im Englischen heißt, glauben wir von der zweiten Opposition, dass selbst wenn wir diese kurzfristige Annahme kaufen, wir jedenfalls keinen langfristigen Frieden erreichen können, weil wir kein stabiles Staatsvolk schaffen können im Sinne der Staatenlehre, also gar keinen Staat bauen können hier auf die Art, wie das funktioniert. Wir wollen dazu kurz anmerken, Menschenrechte werden hier von beiden Regierungsseiten hochgehalten. Da möchten wir kurz sagen, ja Menschenrechte kommen vom Westen immer, wenn es gerade opportun ist, aber das Bild, was in anderen Ländern vorherrscht, ist Abu Ghraib, ist Guantanamo, ist Prism, ist der Drohnenkrieg der USA, an dem auch der BND und damit andere Relationen in Europa beteiligt sind. Unsere Weste wird nicht als so weiß wahrgenommen, wenn es auf Menschenrechte angeht, wie hier, sondern mehr als legitimes Mittel, unsere Interessen durchzusetzen, weil es gut klingt. Kulturimperialismus, wenn man so möchte. Die zweite Regierung sagt, wir sind heute besser als im 19. Jahrhundert, weil wir nicht mehr sagen, wir Weißen sind die besseren Menschen und müssen die Schwarzen mal so ein bisschen an die Zivilisation reinführen. Nein, heute sagen wir, wir Westlichen haben die besseren Institutionen und müssen mal unsere Institutionen unter Kulturverständnis in der Welt vollbringen. Unsere Verachtung ist immer noch genau der gleiche Kulturimperialismus, jetzt vielleicht auf einem etwas höheren Level, etwas schwerer zu erkennen, dass es Diskriminierung ist, aber im Sinne immer noch eine Unterdrückung der ursprünglichen Kultur. Und wir sagen eben, Hilfe annehmen, ja okay, aber nicht in permanenter Abhängigkeit, das ist dem Preis nicht wert. Wir wollen langfristige Stabilität in Fairstates, weil sonst verlagern wir das Problem nur 40 Jahre nach vorne und verstiefen es, glaube ich, weil noch mehr Resistenzen auch... Und wir laufen übrigens noch einen Kurz, warum wir schon glauben, es ist kurzfristig, es funktioniert, hier wird über Hongkong geredet als ein erfolgreiches Beispiel. Das ist ziemlich klein, mit einer Ebene, das sind im Wesentlichen Chinesen, nämlich. Und dann frage ich mich, wie man so ein Land wie den demokratischen Rekordnik auf Hongkong überhaupt stabilisieren soll. Das ist ein Dschungel, das sind ganz viele Wellencamps überall. Selbst wenn wir da Truppen haben, glauben wir, dass wir diese kurzfristige Stabilität gar nicht erstellen können. Aber selbst wenn wir das alles kaufen, dass das kurzfristig geht, möchte ich jetzt darüber reden, warum wir keinen langfristigen Frieden Staatenlehre, was ist ein Staat? Und zweitens möchte ich über die Form kultureller Identität sprechen. Nach der jenemischen Lehre ist ein Staat, ein Konstrukt, das ein Staatsgebiet hat, ein Staatsmacht, ein Staatsvolk. Die erste Opposition hat bereits gesagt, dieses Staatsgebiet ist diesen Ländern in Afrika auch okkroyiert worden. Das ist gezogen worden mit den Linealen von westlichen Mächten, aber zumindest gibt es da was auf der Landkarte, das ist nicht kulturell geprägt. Staatsmacht ist eben gerade nicht vorhanden, es gibt keine Zentralbeteilung, und wir möchten uns darauf stürzen, dass es auch kein Staatsvolk gibt. Das zentrale Problem in diesen ethnisch diversen Staaten, diesen Fade States, ist gerade, dass es sehr verschiedene Ethnien- und Religionsgemeinschaften gibt, die auf so gut miteinander verfeinigt sind, die kämpfen. Diese Staaten, diese Nationen haben keine gemeinsame Identität, keine gemeinsame Kultur, keine gemeinsame Sprache teilweise und sicherlich keine gemeinsame Solidarität. Vielmehr ist symptomatisch für den Fade State, dass es zunächst eine Machtwaffe umgab, nachdem die Kolonialherren weg waren, und da die korruptesten Eliten, die rücksichtslosesten Eliten, die alle anderen ausgeschaltet haben, reingekommen sind. Und diese sind seitdem beschäftigt, Machtkommunen, anderen Eliten auszufechten, die ihnen diese Macht streitig machen wollen. Das heißt, es ist kein Geld da, in langfristige Stabilität zu investieren, sondern es geht immer nur um den Machterhalt einer konkreten Elite. Es gibt auch kein Interesse daran, in das Gemeinwohl zu investieren, weil das könnte immer den anderen Worts gutgeschrieben werden. Es geht immer nur um den eigenen Machterhalt, und man versucht so viel wie möglich von der Bevölkerung, um sich als Warlord zu schaden. Und das funktioniert, weil es eben kein Narrativ eines gemeinsamen Staates gibt. Das heißt, wir identifizieren als zentrale Lösung, wenn wir ein gemeinsames Staatsvolk bilden können, das sich mit einer gemeinsamen Identität abwenden kann, dann lösen wir das Problem der Warlords. Solange es ein nicht einheitliches Staatsvolk gibt, können wir auch das Problem der Warlords nicht lösen. Du erklärst gerade nochmal sehr gut, warum es von alleine nicht besser wird. Warum denkst du nicht, dass wir gezeigt haben, dass wenn man keine Angst hat, überfallen zu werden von irgendwelchen Gliedsen und nicht zur Schule gehen kann, man eher keinen Staat gründet, wenn man diese Möglichkeiten hat, auch durch eine Kolonialität, der Staat wahrscheinlicher wird? Danke, guten Gern, dass er seit 40 Jahren probiert. Also die Kolonien sind halt abgeschafft worden nach dem Zweiten Weltkrieg, und seitdem versuchen wir das mit Entwicklungshilfe. Und ja, es funktioniert im Moment nicht. Ich möchte jetzt aber zeigen, warum das trotzdem der einzige richtige Weg ist, wie es langfristig funktionieren kann, dass es von innen kommen muss. Nämlich die Formen kultureller Identität. Das, was diese Regierung letztendlich macht, ist, sie gibt diesen Ländern Stützträder durch fremde Beamte. Es sind die Beamten der UN, ausgewählt von westlichen Nationen oder eben dem Sicherheitsrat, die diese Institutionen da formen sollen und die dann Nachwuchs heranzüchten sollen, aus dem eigenen Land. Das bedeutet aber, dass dieses Land und diese Leute, die dort, diese Generationen nachwachsen, das werden nicht die sein, die am besten zur eigenen Kultur dieses Landes passen, und das werden die sein, die am besten in dieses obturierte System passen. Nämlich die werden als Nachfolgebeamte ausgegeben. Das heißt, wir schaffen hier keine eigene Identität des Landes, sondern wir schaffen eine obturierte Identität dieses Landes, nämlich die, die eben mit diesem UN-Sicherheitsratssystem zusammenpasst, das uns erzählt wird. Und hier kommt wieder das Beispiel in Hufen, hier, dass Klasse funktioniert. Da sagt ich wieder, ja, eine einheitliche Reden hier, das ist vielleicht das Ausnahmebeispiel, wo es geht. In Kongo funktioniert es, denke ich, nicht in Somalia, auch nicht in Indien, sind sie nicht aus Blut verfeindet. Da haben die verschiedene Religionen, aber bekämpfen sich zum Beispiel. Die Inder sind ein relativ friedvoller Sand. Guck mal, was mit Pakistan ist. Das ist vielleicht das bessere Beispiel. Indien, Pakistan. Wie gut das da funktioniert, das Nation Building. Die hassen sich heute. Früher waren die einladen. Warum ist das keine Lösung, den Sandkasten aufbauen? Die Regierung geht ja davon aus, okay, wir haben den Sandkasten und dann funktioniert das nicht mehr. Und wir sagen, wenn der Sandkasten weg ist, sind wir wieder da, wo wir vorher waren und deshalb ist es keine Lösung, sondern eine Verschiebung der Probleme. Nämlich, wir unterdrücken ja die Unterschiede einfach. Wir bringen die Leute nicht dazu, sich auseinanderzusetzen mit ihren Unterschieden, sondern wir aktuieren unsere Systeme, unsere Strukturen. Die erste Opfer hat bereits zum Beispiel dieses Prinzip Eigentum genannt, das vielleicht mit Stammessystemen nicht funktioniert. Wir wissen gar nicht, ob in solchen Systemen, wie zum Beispiel Afghanistan, wie da die Demokratie genau funktionieren soll, wenn sich nicht alle gegenseitig ablehnen. Wie soll man denn eine Zentralregierung, die einen immer beherrscht und das eigene Geschick akzeptieren, wenn das aus Blut und Feinheit die Stämme sind oder wenn das zum Beispiel andere Strukturen sind, die man als Ketzer sieht. Wir glauben, unsere Strukturen funktionieren vielleicht nicht notwendig überall und sobald wir als Besatzungsmacht weg wären, würden die ursprünglichen zurückkommen, es sei denn, wir erreichen eine vollständige Gehirnwäsche der Bevölkerung und deshalb glauben wir, das kann langfristig nicht funktionieren und deshalb sollten wir uns darauf auch nicht einlassen. Vielen Dank. Ich danke dir vielmals für deine Rede. Vielen Dank. Vielen Dank.